das sieht ja wunderbar hier aus ich schätze mal das Ding kommt da hier runter und ich muss dann da drüben drauf springen wahrscheinlich bevor die Plattform wieder weg geht sie noch nicht auf die Karte die Kasse an mal gucken kann ich hier wenn ich im Bad genug weg bin hier einfach so das würde gehen da muss ich aber schon von hier hinten anfangen weil aber es würde passen ok ich versuch's mal so obwohl dann kann ich nicht da ist ja noch der Schläge im Weg das wird mich wahrscheinlich weghauen wenn ich das versuche ich muss dann wieder drüben springen während er auf mich zukommt ja komm versuch's einfach mal reden wir nicht lange und machen das mal weiter direkt oh nein was machst du denn hallo Aua 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 Malo Aua 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 англий Aua Untertitel Vielen Dank. Vielen Dank. So, sorry, deswegen. Ich habe gerade erst mal einen unerwarteten Besuch. Alter, wollte nicht zu mir. Ich wollte normalerweise zu meinen Eltern, aber meine Eltern sind gerade nicht da. Also... Also mal aufhändig da vorzustellen, ich will den töten. Ich will das natürlich auch mal hinfallen, wenn ich dann Sand bekomme. Danke. Kannst du jetzt mal dein Schmerz ziehen, bitte? Schmerz ziehen. Und blocken. Nichts. Verse 90. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Und wie das so voll ist, ist das Wasser ziemlich pixellig. Darf ich das auch mal einsaugen? Danke. Oh, freu mich. Ah, kacke. Hat natürlich in dem Moment immer wieder zugeschlagen. Hat natürlich mal wieder in dem Moment zugeschlagen, wo ich gerade einen Typen einsaugen wollte. Das war's für heute. 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 Boah, haben wir uns sogar voll gehalten auf der Ende des Kampfes? Bleibt doch. Hier sehe ich, wo ich hinschlagen muss. Hinschlagen muss. Da wollte ich nicht hoch. Das war's für heute. Das war's. Oh Gott sei Dank. Das war's für heute. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Diese Gelächter, sind das Gelächter vom Geister oder von den Monstern? Ich bin hier. Wo seid ihr? Bleibt dort. Ich komme zu euch. Könnt ihr mich hören? Ich bin hier. Ich bin hier. Ach, da ist sie ja. Ich glaube, ich muss schnell zuhören. Ich muss hier auch auf eine Gange Tür. Nein. Auf eine Gange Tür. Also nicht hier irgendwo? Äh. Äh. Und vielleicht? Ah. Okay. Hier war die Tür. Ha! Ich komme! Was habt ihr so lange gemacht? Oh. Wusstet ihr lange warten? Na ja, ich muss einen ziemlich heftigen Umweg nehmen, ja. Oh. 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 Ja! Das war's. Also von der Verpixelung her ist es eben echt, dass das Spiel schon einige Jahre auf dem Vogel hat, aber dafür macht es doch so viel Spaß eben jetzt um es zu spielen. Oh, das ist ja auch so. Ich glaube, ich habe es ja aus der Senke gesprochen, also ich sehe, egal, rächt sich. Ich bin es ja aus. Und die Speicherten? Ja. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Verlass mich nicht. Geliebte, bitte lasst mich nicht allein. Wie habt ihr mich gerufen? Das ist ohne Belang. Wichtig ist, dass ich weiß, wie wir den Turm der Dämmerung erreichen. Natürlich, die Sanduhr. Gut, aber bleibt diesmal bei mir und seid vorsichtig. Ich kann nicht den ganzen Tag auf euch achtgeben. Okay. Das war etwas, wie, strange, aber okay. Ich kann nicht, ich kann nicht complain über das. Ich hab Angst. Was wenn ich in Gefahr gerate und ihn mir nachjagen müsst? Bitte. Wollt ihr andeuten, dass ihr meine Hilfe braucht? Ja. Oh, prima. In diesem Fall. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Was wenn ich in Gefahr gerate? Teufel пять? Ja. Hier drüben. Da seid ihr ja. Seid ihr sicher, dass ich euch nicht aufhalte? Schon gut, schon gut. Das ist eine Art Vision, wo ich jetzt, glaube ich, ein bisschen drehen hier. Die Halle des Wissens. Wir sind auf der falschen Seite der Bäder. Wir müssen zurück durch den königlichen Palast. Nun gut, lasst uns einen Ausweg suchen. Echt zurücklaufen? Das ist ein Ausweg. Ich bin echt ein Ausweg. Oh, die Musik hast du schon wieder verändert Oh, die Musik hast du schon wieder verändert Fahrer steht im Weg Fahrer stand die ganze Zeit im Weg Fahrer steht im Weg Fahrer steht im Weg Fahrer steht im Weg Fahrer steht im Weg Nein Aua Ich glaube ich habe so viel Leben noch gehabt Oh Gott, das war's Gott sei Dank